Ich finde diese Fäkaliensprache dermaßen widerlich, dass ich es vorzöge, wenn sie schwiegen müssen. Ahaha, Eikaramba! Sehr schön! Man wird unseren von Monaten Leichnamen finden, einsam und alleine werden wir sterben in einer Felsspalte, fernab der Zivilisation. Nein! Nein! Oder? Vielleicht doch. Ah, es gibt es doch nicht. Genau. Hallo, ich habe meine Handzei, der ist, äh, ist aber jetzt hier nicht im Sinne, dass ich das finde. Ach, wo war es denn? Ah, da war auch Wasser, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, wir haben uns echt offiziell volle Kanne verlaufen. Vor allem, weil jetzt hier auch, ähm, heller Wald kommt und, äh, ich ja vorhin die ganze Zeit hellen Wald gesucht hab. Oh, Spinne, hi! Na, alles klar? Hey, hallo auf! Sei doch nicht so! Hallo! Jetzt habe ich doch unseren Hund getroffen. Auch super! Ja, die XP-Points, die nehmen wir mit. Die lassen wir nicht liegen. Hm. Ah, okay, pass auf. Ich geh mal nach oben. Das Problem ist auch, ich muss jetzt demnächst mal ne Aufnahmepause machen. Ich nehm schon hier 50 Minuten fast wieder auf. So, was auf. Wir gehen nochmal hier hoch. Da oben haben wir nochmal Skeletz. Sehr schön. Ich glaube, wir müssen hier in die Richtung. Wir gehen mal hier rüber. Ich weiß ja auch nicht so wirklich ganz südbendlich. Sicher, aber einen Versuch wäre es wert. So, komm, jetzt rennen wir mal ein Stück hier. Oh, komm mal hier. Ja, ne, vier Spinnen, alles klar. Ja, ne, passt. Nein. Vier sind wir dann doch ein bisschen zu viel. Der Griech, äh, der Griech, äh, mit der Angst. Wie ist da? Haben sie uns getriggert? Komm, vorbei. Schnell. Lauf, Forrest, lauf. Lauf! 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 So, hier ab durch die Mitte. Oh, da war eine Spinne, oder? Äh, wir sind eine Spinne gespawnt. Genau neben uns. Warum ist denn der Hund eigentlich immer so dunkel, wenn er ins Wasser geht? Bug! Ja, ich glaube, das liegt an meinem Textgepack. Da muss ich mal gucken. Da passt irgendwas nicht. Ja, hier haben wir wieder diese Lava. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwann mal Lava gesehen haben. Oh, guck mal, hier brennt sogar. Hallo Hund! Nein, gehst du bitte mal nicht da ins Feuer, Penner? Wie doof kann man sein, echt? Okay, pass auf. Gehen wir hier nochmal hoch. Ah, na, ah. Das Problem ist auch, ich weiß unsere Koordinaten nicht. Also, das heißt, ich, selbst wenn ich jetzt auch mal hier. Oder, das sieht doch besser aus. Hier mal noch diesen Wasserfall, oder? Oh, bitte lass es diesen Wasserfall so. Lass es diesen Wasserfall so. Lass es diesen Wasserfall so. Ah, na, ah. Scheiße! Kacke, Alter. Kack. Wackenlist! Hallo, Creeper! Hm. Ja, mal Wüste! Ah, das gibt's doch nicht! Guck mal, wie die hier spawnen. Ne, das ist ja echt schlimm. Komm, 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 komm! Ja, die Armee der Toten! Creeper? Ah, meine Güte. Dumme Erschrocken. Ah. Man lässt uns nicht in Ruhe irgendwie. Das ist schlimm. Ja, aber okay, jetzt haben wir ja irgendwie jede Himmelsrichtung haben wir ja durch, oder? Ne. Ich weiß unsere Koordinaten nicht. Selbst wenn ich jetzt cheaten wollen würde, und für mich ist das Cheat, wenn du so Koordinaten nachguckst, das ist für mich Cheat. Ich weiß sie nicht. Dementsprechend bringt es nichts, wenn ich nachgucke. Okay, pass auf. Gucken wir hier mal hoch. Es könnte mal wieder Tag werden. Das würde mir sehr gut gefallen. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon Nacht hier. Was ist das für ein Scheiß? Ich habe jetzt auch keinen Bock, mir hier irgendwo ein Lager aufzustellen. Okay, pass auf. Wir gehen hier mal hier rüber. Mal auf die andere Seite von diesem Lavastrom. So, hier so dran vorbei. Ja, das ist ja abgebrannt wahrscheinlich, oder? Durch die Lava. So, jetzt sind wir wieder in diesem, ähm, Wald. In diesem dunklen Holz. Wo geht's denn hier hin? Oh Mann, wie kann man sich noch so verlaufen? So weit waren wir doch gar nicht weg. Guck mal, hier ist diese Schlucht. Aha. Alles klar. Hallo Skelett. Aua. Ah Mann. Hallo. Du bist aber nicht sehr gastfreundlich. So. Okay. Sind wir wieder heilungsberechtigt? Oh Mann, was soll's ey? Was soll's ey? Was soll's? Was soll's? Was soll das? Was soll das? Ja. Hm. Fällt mir jetzt nichts dümmeres ein, als einfach mal Richtung Dschungel hier zu gehen. Ich blick's echt nicht. Ich blick's echt null. Versteh ich überhaupt nicht. Wir haben uns sowas von verlaufen. Also ich, also ich, ich hab, ich hab uns verlaufen. Ich hab uns verlaufen. Ja, ich geb's zu. Meine Fresse, verdammt. Äh. Okay, also hier geht die Sonne auf. Das heißt, ähm. Moment. Ja, ich blinge durch. Ah ja, hier so. Okay. Wie komm ich da hoch? Oh, das ist hier so eine Riesenspalte hier. Oh, komm. Lass uns mal da rauf. Ein Enderman. Penner. Lass mich in Ruhe. Ich mag dich und deinesgleichen nicht. Ah, okay. Hier geht die Sonne auf. Und hier ist der Dschungel. Wir watschen jetzt einfach mal durch diesen Dschungel durch. Nein, ich weiß nicht, wo wir dann rauskommen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay. Ah, guck mal. Ah, hier haben wir wieder Hunde. Wilfe. Hm. Sieh sie so schlecht gesehen. Ah, hier ist der Wasserfall. Hier ist der Wasserfall. Röhrlein Röhrlein Wettbewerb Koks Verlucht der Kacke da er ist der Wasserfall ist das klar ich finde diese Fäkalt in Sprache der Maßen widerlich dass ich das Vorzüge wenn sie schwiegen müssen ein paar sehr schön na also na also die Röhrlein sehr schön sowas auf hier machen wir uns mal ein bisschen mehr Platz so ist er gleich ab hier raus zu haustür und gleich ersoffen das ja auch nicht schön ja du ey du bringst mich noch um ey komm ja mach da jetzt mal Platz setz dich mal dahin jetzt so warum machen wir das Feld eigentlich nicht hier vor das Haus wer weiß denn das warum machen wir das denn nicht so das ist ja irgendwie voll der Quatsch oder dass wir das hinter das Haus machen könnten wir eigentlich das Haus ach jetzt haben wir hier das haben wir nicht so schön gemacht ja vielleicht können wir das später mit dem Eimer reparieren so dann machen wir hier mal das so und dann könnten wir uns eigentlich hier auch ein Feld anpflanzen so jetzt pass auf jetzt machen wir hier auf dann machen wir das doch hier anders oder obwohl ich finde es eigentlich ganz schnuckelig wenn hier ein Feld wäre die Idee finde ich eigentlich gar nicht so schlecht so hinter dem Haus quasi aber ich weiß ja nicht ob das wächst na das weiß ich halt nicht aber es ist irgendwie so hat sowas geheimnisvolles irgendwie hm naja passt auf ich mach uns erstmal was machen wir denn jetzt ähm also wir haben ja beschlossen wir nehmen jetzt dunkles Holz und jetzt ist mir Minecraft abgeschmiert sehr schön so liebe Freunde willkommen zurück nächste Aufnahmesession ähm ich hab noch ein bisschen ähm hier an den Einstellungen rumgespielt und zwar hab ich einmal boah fängt der gut an mich juckt's hier gleich Moment so so jetzt alles gut ähm ich hab noch ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und zwar hab ich mal ähm dieses Motion Blurr das ging mir auf den Keks das hab ich jetzt mal rausgenommen ähm jetzt ohne diesen Wisch-Effekt finde ich irgendwie besser glaub ich hätte ich schon früher machen sollen ähm ja und hier an den Shader Einstellungen habe ich noch ein bisschen rumgespielt ne jetzt haben wir so einen leichten Glow-Effekt und so mit drin ähm mal gucken mal gucken wie es äh wie es dann im LP in der fertigen Aufnahme aussieht ah ja hier und äh neue Türen gibt es jetzt neue Türen ich hab mir überlegt ich werde demnächst vielleicht mache ich das jetzt sogar noch in der Session mal gucken wie sich das so ergibt ähm werde ich mal ein anderes Texture Pack also nicht nicht nur meins oder was heißt meins ne es ist ja nur ein Mischmasch ein paar Sachen wie gesagt sind auch von mir dabei aber eigentlich ist es ja nicht meins ähm dass wir ein bisschen Abwechslung reinzubringen auch mal ein anderes ähm Texture Pack ähm hier mit 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 den LP ziehen ne so jetzt machen wir aber vorher werden wir mal was anderes tun und zwar was ist das denn hier Gravel ähm ich möchte den Boden möchte ich mal reinzimmern wir brauchen aber erstmal dazu brauchen wir mal eine Axt da haben wir ja keine mehr ne so hab ich noch Stiggis ja so dann machen wir uns mal eine Axt eine soll mir da reichen äh so und das so da weg na hallo kein Platz mehr nein nicht wirklich ach du mein ja komm dann pack das weg oder ist ja gar was so dann kloppen wir das hier wieder weg da habe ich ja jetzt äh dreisterweise beschlossen dass wir das halt eben dann weil ich von diesem Helm